Was? Fuchs, warum willst du deine Brille ab und lachst? Das sieht sehr interessant aus, weil ich in der Mitte des Bildes nur noch einen weißen Fleck sehe, der durch die Gegend huscht. Der bewegt sich grad gar nicht! Okay, es hat vibriert. Wo ist das? Was? Ach, ein Aktionspunkt. Die Schule. Unsere Erziehung. Für die Zukunft der Schule. Das ist ein sehr guter Beziehung. Das ist eine Schule? Ich wollte mich überraschen. Ja, ich auch. Was? Ich war immer noch ein Flughafen. Ich bin alle von Kaze no Hone aus. Ich bin alle von Kaze no Hone aus. Ich bin alle von Kaze no Hone aus. Das ist ein sehr guter Beziehung. Ich bin alle von Kaze no Hone aus. Ich bin alle von Kaze no Hone aus. Ich wurde einfach auf die Welt unserer Universität geplant. Sie sind alle von Kaze no Hone aus. Ich bin alle von Kaze no Hone aus. Ich bin alle von Kaze no Hone aus. Also war dann der Kaze no Hone aus. Ich konnte noch weitere Versuche geben. Ich bin alle von Kaze no Hone aus. Ich bin alle von Kaze no Hone aus. Ich bin immer noch an die G's. Ich bin ja also sehr gut. Ich bin alle von Kaze. Aber ich hatte mich in den Kaze. Das, was ich für mich nicht wusste. Ich habe mich nicht verstanden. Ich kann es nicht gewachen. Ist klein Mibu nicht süß. Doch, so putzig. Die waren beide eigentlich recht putzig als Kinder. So, so putzig. Edna... Edona, Frau, bitte 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 an den Kniegarten. Bitte 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 an den Kniegarten. Hübert, was du? Ich bin der Kniegarten. Edona, bitte bitte an den Kniegarten. Ich möchte den Kniegarten, Edona. Ich bitte. Ich würde mich nicht sagen. Ich könnte mich auch immer wieder anstrengen Kraft. Ich würde mich über diese Gefühl haben, dass ich mich über die Hügel verletzen. Ich würde mich nicht vergessen, dass ich mich nicht verletzen. Das ist doch egal, oder? Wenn wir uns mit den Tänzoku ansehen, oder wenn wir uns mit den Freunden gehen. Das ist gut. Ich werde dir die Hände für dich. Ich kann mich nicht überlebt. Okay! Ich kann mich nicht überlebt. Ich kann mich nicht überlebt. Ich kann mich nicht überlebt. Gigantenkraft! Und wie immer, wenn du erdschwache Gegner damit betriffst, Vorteil. Ja. Die krieg ich doch sowieso nicht. Da verschwindet sie sogar. Das ist eine Verschwindekiste. Die ist bestimmt mit dem Wasserschleier getarnt. Die sind mit dem Wasserschleier. Das ist das. Das ist das. Erichsiel? Das ist ein偽物. Aber du hast dein Körper sehr hart. Erichsiel ist ein eigenes Wettbewerb. Aber es hat eine sehr gute Anzahl. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Was? Haben wir den Polo gemacht? Ja. Es ist Paul der Papst. Dann besser als Karl der Käfer. Anfällig körperlich. Widerstand körperlich. Oh, da drunter steht anfällig körperlich. Aber er hat Widerstand gegen physische Angriffe. Ah, zuschlagen! Was? Was ist das? Das ist der Kugel! Ich glaube, ich bin nicht so nahe zu sein! Ja, die Punkte hatte ich gerade. Und wir haben unsere 50 Treffer-Kombi! Amatei! Ups, sehr vermöbelt. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe nur auf Level 30 geachtet und dann gerade auf die Kombo-Anzeige. Wie Popeye. Willst du nochmal? Warum hat der Kirche so gesagt? Ich möchte das hier erzählen. Warum habe ich eine Kirche für den Kirche? Warum sollte ich eine Kirche für den Kirche nicht erwarten? Ich habe den Hirten. Der Hirte ist doch der Wissende für alles. Der Hirte ist der Kummerkasten für den ganzen Planeten. Aber es gibt viele Leute. Es gibt viele die Kirche. Das sind die Seregei. Ich weiß! Deswegen habe ich es unbedingt gemacht. Er hat gerade einmal eine große Krise und du hast alles hingefissen. Ich habe mich schon ein paar Jahre lang. Ich habe mich auch schon gehört. Aber ich habe mich nie zu sehen, was ich nicht nach Hause bin. Ich habe mich nicht nur vorgegeben. Ich habe mich nicht geholfen, aber ich habe geholfen. Ich habe mich nicht verletzt, dass ich mich nicht mehr verletzt habe. Ich bin der Fall für mich nicht verletzt, aber ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt, aber ich bin nicht verletzt. Er hat sich nur mit einer Familie geholfen. Er hat sich gedacht, dass er für die Familie arbeitet. Er hat sich nicht nur für den alten Eriksil zu verkaufen. Ich weiß nicht, dass die König und die Kirche nicht mehr wissen. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht nur für die Familie bin. Ich weiß nicht, dass ich mich für die Familie bin. Für die Familie bin? Ich gehe nicht hin und bringe den Felsbrocken her. Wir tarnen ihn! Mit Mibus Wassermantel! Genau! Oh nein! Hör dir an, was die Dorfbrüder zu sagen haben. Die stehen hier gleich alle zusammen. Nicht alle! Nur damit ich das jetzt richtig verstehe. Ich habe hier einen Ausgang nach nirgendwo, beziehungsweise nach unbekannt. Ja. Bin aber sonst nirgendwo hier reingekommen. Richtig. Die haben das Dorf abgeschlossen, damit du auch gar nicht gehst. Ja. Die haben dich so lieb gewonnen, die wollen dich für immer im Dorf haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn das Oberhaupt krank ist, macht es keinen Spaß. Die anderen Erwachsenen sind total schlecht darin, uns Schulzeugs beizubringen. Wenn das Oberhaupt verantwortungslos ist, was sagt das über die aus, die ihre Verantwortung auf ihn abgeschoben haben? Hm? Du kannst über ihn sagen, was du willst, aber er hat sein Leben riskiert, um unser Gododin zu retten. Bitte den, bitte den, schöner Name. Bitte, du musst unser Oberhaupt gehen lassen. Ich übernehme die Verantwortung für den Verkauf des falschen Elixiers. Darum geht's mir nicht. Meinetwegen könnt ihr das falsche Elixier verkaufen, wie ihr wollt. Aber ich will diese Steintafel nicht hier rüberschleppen. Ich werde fleißig klären, damit ich das Oberhaupt eines Tages ablösen kann. Während der Herstellung des Elixiers... Ach... Während der Herstellung erzeugt das Elixier ein starkes Gift, das mir auch schon auf die Gedanken schlägt. Ich vermute, dass das für die plötzliche Erkrankung des Oberhaupts verantwortlich war. Er hat das Elixier für uns gebraucht, obwohl er sich des Risikos voll bewusst war. Jeder weiß, was für ein Mensch unser Oberhaupt ist. Wenn du wirklich hier bist, um ihn mitzunehmen, musst du erst an uns vorbei. Aber Tissier... Doch nicht. Wir haben was gegessen und geschlafen. Entschuldigt. Der Mensch ist keine Angst. Der Mensch ist deren Eingang. Der Mensch ist unser Einfühlberater. Das Entschuldigt. Einmal wissen Sie. Du wirst es nicht, dass immer nur an dem Land zu gehen. Woher weiß er, dass du der Hirte bist? Ach ja, richtig. Und wer sagt, dass du kein Straßenräuber bist, der den Hirten ermordet hat? Genau. Wir tarnen uns. Äh ne, warte. Wir brauchen jetzt Elixier. Hirte, ich will euch was zeigen. Das ist mein Elixierlager. Hier lagere ich den Prototyp. Ach, jemand hat den Zauber aufgelöst. Sehr gut. Ein Heilmittel. Das ist ein Dungeon, da kommt ihr mal rein. Da kommt ihr weiter. Da ist ein schönes Symbol an der Tür. Die Tür leuchtet so ein bisschen. Oh, da. Die Tür leuchtet so ein bisschen. Die Tür leuchtet so ein bisschen. Die Tür leuchtet so ein bisschen. Oh, das ist interessant. Oh, ja. Entschuldigung. Wir müssen den Ort suchen. Ja... Aber hier ist... Ja... Hier ist... Vorher wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich hab auch gedacht, es muss bestimmt Wind sein. Ich dachte, hier ist Wasser. Ist doch so viel in der Nähe. Nein, dann lieber nicht. Dann wollen wir den Herrn des Unheils gar nicht besiegen. Ich will den Geheimdienst. 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 Oh, nur für uns? Mit Speicherpunkt sogar davor. Ja, da ist er wieder. Große Macht hat auch ihren Preis. Edo? Jfu? Piek. 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 Ja, ich weiß nicht. Ich finde, wie ich kieße, ist eigentlich nicht mehr als Kasse. Ich bin der Nr. 1. Ich bin der Nr. 1. Das ist egal, aber... Es ist eine große Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung. Es ist ein Problem, also. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, weißt du was, Papst? Wir sind jetzt Freunde. Oh, ich dachte, jetzt kommt der Schwert. Ich habe auch der Schwert einfach. Wo möchtest du gerade hin? Ich wollte einmal gucken, ob wir alles haben, um da reinzugehen. Ja. Die Standardausrüstung. Alles an Gummis, alles an Tränken des Lebens. Genau. Ansonsten wäre ich nämlich jetzt nochmal weiter hoch, um den Rest aufzufüllen. Ich weiß nicht, was sie macht, aber sie ruft schon wieder Aua. Ich habe auch nur... Weißt du, das ist so ein Geräusch anzwischen von der Seite, wenn Fuchs Aua sagt, das registriere ich gar nicht mehr. Das könnte Gefahr sein oder sowas. Das ist dieses... Das wird ein schöner nächster Tag, wenn Fuchs heute überlebt. Ich habe doch nur das Bein blicken und gemerkt, dass wir die ganze Zeit die Tischkante in den Oberschenkel drauf gedrückt haben. Und das hast du erst gemerkt, nachdem du dein Bein weggenommen hast? Ja. Wow. Sie ist mit dem Tisch verwachsen. So, und jetzt kommt das, was ich vorhin schon meinte. Ich bin gespannt, ob du dich bei dieser Prüfung genauso dämlich anstellst wie ich. Bestimmt. Nette Musik. Ja. Kämpfe, Sprache, Weißheiten, Statuskrankheiten, feuerresistente Verbrennung, Einschränkung wird jedoch aufgehoben, wenn man sie mit einer Schwäche-Kombo angreift. Also, hier, Feuerprüfung. Leider erzählen wir was mit einem Dungeon. Nicht? Okay. Sind Randnetz-Spinnen mit einer Schwäche gegen die Erde. Die Spinnen machen Folterangriffe vor sich. So. Feld ist bunt. Es sind Flammenwölfe, ja. Schwach gegen Wasser, wer hätte es erwartet. Noch ein bisschen Edna, dann bist du soweit. Ja, Miki und ich machen hier bestimmt was. Zumindest retten wir die Lebensleiste des Gegners. Und er fliegt irgendwie sehr schön. Naja, erst wird's weg. Ihr habt ihn besiegt. VARIA! Nichts! Tür auf! Wurde auch nicht. Vielleicht hast du diesem Raum auch erst noch was zu erledigen. Okay, das hast du schon mal gelöst. Soll heißen? Ich hab's genauso gelöst. Da war noch kein Problem! Feuerkugel! Ein Gürkeltier! Die Aufwachen. Ich hab's noch gelöst, die ich nicht verlegen kann. Das ist ein südspanisches Kind. Der Flamenco dann! Oh! So, er ist dansdanscht. Ja, super. Innenansicht von einem Gürteltier. Gürteltier haben keine, ähm, Organe. Sie müssen sie einfach mal wissen. Ich fühl mal interessieren. Ja. Ja. Fuchs, du kannst dich jetzt auch. Du hast den Kristallstab. Wenn du drei oder mehr in A hast, ähm, eher Zwei und Kreis gedrückt halten in der Combo. Okay. Äh. Ich seh' dich grad nicht mehr gerannt oder nicht. Schuss, ich ist weg. Das hab ich verbrannt. Scheinbar. Ja. Und jetzt geht's los. Und die letzte Säule wird angezündet. Und. Und. Das war's für heute. Keine Ahnung. Sie wird da irgendwo sein. Sie macht ihr eigenes gegen. Ich ahne wo sie ist. Ich sehe sie. Sie ist richtig. Das ist wirklich möglich. Mikleo ist verlangsamt. Ja, sieht ruhig aus. Es fehlt immer noch seine Schleppe hinter ihm her. Er ist halt nicht verlangsamt. Ich habe oben noch was weg, die ich noch nicht erkundet habe. Das ist ein guter Plan. Ich möchte mal ernsthaft ein Gürteltier in echt hören, wie die klingen. Rührkuchen. Natürlich schon. So schlecht ist der Rührkuchen auch wieder nicht. So hang your head and let it fade away. So hang your head and let it fade away. Always. Always. Amen.